Dadurch habe ich eine richtig fette Verlosung für euch heute. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Hallo, ein neuer Vlog für euch. Es ist Donnerstag, der anstrengendste Tag der Woche. Ich habe es euch schon ganz oft erzählt. Ich komme gerade aus dem Büro. Ich bin total fertig, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Ich nehme euch in diesem Video wieder eine Runde mit und zeige euch ein bisschen was. Der Postbote war auch schon da. Der war sehr fleißig und hat mir Pakete hochgeschleppt. Zum einen ein großes Paket von ASOS und zwar habe ich Kleider bestellt. Ich habe die jetzt schon mal raus und werde euch die dann auch im Anschluss noch zeigen. Für mich geht es nämlich zur Berlinale Mitte Februar. Ich freue mich riesig. Ich habe euch das noch gar nicht erzählt. Ich wollte es jetzt gar nicht so an die große Glocke hängen. Jedenfalls kam meine Bestellung und wir werden dann später mal sehen, für welches Kleid ich mich entscheiden werde. Mal gucken, das ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls kam dann noch ein Paketchen von Leonardo an. Zeige ich euch dann auch noch. Und hier haben wir noch ein Paketchen. Und dann kam noch eine ganz große Box, über die ich mich riesig gefreut habe. Denn es ist mal wieder HelloFresh-Zeit. Ja, Donnerstags, da bin ich auch echt froh, wenn mir der Paketbote oder der Postbote eben so ein großes Paket bringt und ich nicht einkaufen gehen muss. Das ist so eine Erleichterung, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zumal auch unser Kühlschrank kaputt ist. Und zwar schon seit über sechs Wochen. Erzähle ich euch später. Ich habe die grauen Haare meines Lebens bekommen wegen unserem Kühlschrank. Es ist unfassbar. Darf man eigentlich auch niemandem erzählen. Ja, eine sechsköpfige Familie hat über Wochen keinen Kühlschrank. Okay, läuft bei uns. Ja, würde ich sagen, nicht. Jedenfalls erzähle ich euch später davon. Ich habe jetzt hier noch was vorbereitet. Gestern Abend und zwar ist das das Gewinnerpaket, also es gibt mehrere Gewinnerpakete so rum, eine Verlosung. Und zwar habe ich ja einen Rossmann Live Haul abgedreht mit dem Max und mit dem Lissandro. Es war total lustig. Verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox, falls ihr gewinnen möchtet. Das sind nämlich die Produkte, die es dann eben zu gewinnen gibt. Wir haben den Haul komplett anders gemacht. Und zwar habe ich nur Empfehlungen gekauft. Ich finde das nämlich ein Quatsch, einfach irgendwelche Dinge zu kaufen, gehe zehn Schritte nach vorne, dann nach rechts und nehme das hundertste Produkt von unten. So auf die Art. Also das finde ich ein Käse. Ich muss ja alles selbst bezahlen und bekomme das weder gesponsert, noch bekomme ich ein Honorar dafür. Und deshalb mache ich solche Videos nicht. Ich finde die halt einfach nicht gut. Aber gut, das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte. Gar keine Frage. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ich muss jetzt in die Küche und kochen, beziehungsweise ich hole jetzt unten erstmal mein HelloFresh-Paket. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Und da steht sie schon, die Box. Tada! So, die schleppe ich jetzt mal hoch. Und so vollgepackt ist jetzt die Box. Schaut mal bitte. Hier sind jetzt die verschiedenen Paketchen drinnen. Hier sind die Rezeptkarten. Das sieht so aus. Und ja, jetzt packe ich mal alles aus und hole euch dann nochmal dazu. Oh ja, das ist ganz schön schwer. Heieiei. So, okay. Und so sieht das Ganze jetzt im Überblick aus. Das sind quasi verschiedene Pakete, in denen dann jeweils eben die Zutaten sind für die Gerichte, beziehungsweise eben für die Rezepte. Und diese Teilchen hier, da sind die Sachen drinnen, die eben gekühlt werden müssen. Und die kommen halt dann quasi bei uns jetzt nicht in den Kühlschrank, sondern auf die Terrasse. Ja, voll peinlich, echt. Hier sind jetzt also die Rezeptkarten. Wir haben uns für dieses Gericht hier entschieden. Und hier anhand dieser Farbe könnt ihr eben sehen, welche Packung ihr nehmen müsst. Die sind dann auch farbig hier, diese Aufkleber. Und hier steht dann auch immer die Zeitangabe, wie lange ihr eben braucht, welche Produkte eben insgesamt in dem Paketchen sind. Und dann hinten drauf könnt ihr eben sehen, wie ihr das Ganze machen müsst. Ja, also es ist wirklich super einfach. Und ihr könnt euch natürlich die Produkte selbst zusammenstellen dann im Internet. Also wenn ihr euch dafür entscheidet, dann könnt ihr eben die Gerichte auswählen. Und ja, könnt dann loslegen. Das habe ich jetzt alles hier mit dabei. So sieht es jetzt bei mir aus. Das ist jetzt die vegetarische Variante. Und nächste Woche bekommen wir dann auch etwas mit Fleisch. Und diese Zutaten waren in diesem Paketchen. Und da ist jetzt eben, wie gesagt, das Rezept. Und da lege ich jetzt mal los. Oh, ich freue mich. Hey, mein Logito. Hallo. Hast du Hunger, mein Schatz? Ja. Okay, ich bin am Kochen. Es gibt gleich Essen, ja? Okay, zieh schon mal deine Jacke raus, Schatz. Schulranzen hast du weggeräumt? Ja. Okay, super. Boah, ich habe voll den Hunger. Und draußen wird es leider auch nicht hell, wie man sehen kann. Die Sonne, die hat sich mal wieder heute nicht gezeigt. Beziehungsweise zeigt sich nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also gut, ich beeile mich jetzt, weil wir alle hier einen riesen Hunger gerade haben. Ein Teiler ist jetzt schon mal angerichtet. So sieht das jetzt aus. Den wird der Max bekommen. Ist ganz schön voll, ne? Aber der Max, der muss ja auch noch groß und stark werden. Hier ist noch arabisches Fladenbrot dazu. Und so sieht es quasi auf der Rezeptkarte aus. Und ich würde sagen, wir kommen dem Ganzen schon sehr nahe, wie ich das eben vorbereitet habe. Beziehungsweise gekocht habe. Und jetzt müssen wir es uns nur noch schmecken lassen. Also jetzt kommt gleich der Geschmackstest. Und es ging wirklich super schnell. Also das ging jetzt wirklich ratzifatzi. Und war auch überhaupt nicht schwer. So, wir lassen es uns jetzt schmecken. Das ist so schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Wie gut es riecht. Da ist übrigens auch der Lassie. Der ist jetzt auch. Und dann macht er Hausaufgaben, ne? Draußen ist leider super schlechtes Wetter, sodass wir gar nicht so richtig schön rausgehen können. Schaut mal, wie es regnet. Ja, aber jetzt lassen wir es uns erst mal schmecken. Ich habe so Hunger. Ich habe übrigens auch noch einen Rabattcode für euch. Und zwar könnt ihr da 30 Euro sparen. 15 Euro auf die erste Bestellung und 15 dann eben auch die zweite. Und zwar nennt sich der Rabattcode HFROSCELLA30. Ich schreibe euch das aber auch nochmal alles unten in die Infobox. Und jetzt mache ich erstmal Schluss, weil sonst wird unser Essen kalt. Also bis später. Jetzt musste ich euch nochmal ganz kurz dazu holen. Diese Gewürze, ne? Das ist so ein Geschmackserlebnis. Oh mein Gott. Es schmeckt auf jeden Fall super lecker. Ja. Schmeckt es dir auch, Lassie? Ja. Mhm. Ich bin jetzt im Fresskoma. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwas gegessen habt, was super lecker war und nicht aufhören konntet. Und ja, jetzt bin ich satt. Ich habe auch schon die Küche aufgeräumt. Der Lassie, der ist jetzt noch schnell seinen Nachtisch. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt ganz geschwind die Kleider. Beziehungsweise die neuen Produkte von Leonardo. Und ich überlege gerade, wo ich euch am besten hinstelle. Weil das Licht ist ja mal wieder nicht das Beste. Wie gesagt, die Sonne kommt einfach nicht raus. Ich positioniere euch mal und dann hole ich euch nochmal dazu. Und da ist die Bella. Ja, Bella, ne? Willst du auch wieder ins Video, ne? So, ihr Lieben, ich hoffe, das passt jetzt vom Licht her. Ich setze mich jetzt einfach mal gemütlich hier hin. Und dann zeige euch ganz schnell die Sachen. Die Kleider hänge ich dann am besten mal an den Spiegel, damit ihr sie besser sehen könnt. Und ich bin sehr gespannt, was ihr darüber sagt. Also, ich habe jetzt hier, wie gesagt, von Leonardo die neue Frühjahr-Sommer-Kollektion. Das kam heute an. Da gab es nämlich ein kleines Missverständnis. Und dadurch habe ich eine richtig fette Verlosung für euch heute. Also, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich das verlosen kann. Erkläre ich euch aber gleich auch noch mehr dazu. Und, oh mein Gott, ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh, oh mein Gott. Also gut, wo beginnen wir? Es gibt ja verschiedene Sets, die man sich kaufen kann bei Leonardo. Das zeige ich euch später. Das ist nämlich das Verlosungsschätzchen. Und, ja, da könnt ihr euch dann eben den Ring aussuchen, die Kette dazu und so weiter. Also, es gibt verschiedene Sets, die ihr euch aussuchen könnt. Was ich richtig cool bei Leonardo finde, ist, dass es ein Clip-In-System gibt. Das heißt, ihr könnt euch jeden Anhänger zum Beispiel individuell an die Kette machen, die euch eben am besten gefällt. Beziehungsweise, ihr könntet euch auch die Ketten von Leonardo aneinander klippen, sodass die dann eben länger sind, dass ihr sie doppelt tragen könntet und so weiter. Also, es gibt unzählige Möglichkeiten, sodass ihr euren Schmuck personalisieren könnt oder eben dann passend zu eurem Outfit so gestalten könnt, wie es euch eben am besten gefällt. Und das finde ich richtig cool. Habe ich euch schon vorhin erzählt. Und da stehe ich auch echt voll dahinter, weil ich das System richtig genial finde. Ja, jetzt kommen wir ganz kurz zur Kollektion. Ich habe mir jetzt zum Beispiel diesen Anhänger hier ausgesucht, eben mit diesem Clip-System. Darlinz nennt sich das Ganze. Und ihr könnt euch dann diesen Anhänger zum Beispiel an die Kette machen oder an ein schönes Abendkettchen und so weiter. Also, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Mir hat der Anhänger super gut gefallen, eben jetzt für den Frühling, beziehungsweise für den Sommer mit diesem Türkis. Das finde ich sehr, sehr ansprechend. Dann habe ich für den Max ein wunderschönes Teilchen ausgesucht. Der hat nämlich bald Geburtstag. Leonardo hat ja auch Schmuck für Männer. Das wissen auch sehr viele nicht. Ich wusste das auch lange, lange Zeit nicht. Jedenfalls haben die sehr schöne Teilchen. Und zwar sieht es so aus. Ich finde, gerade im Sommer zu gebräunter Haut sieht es so genial aus. Also, ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir das auch bestelle, weil mir das so gut gefällt. Aber das geht jetzt erstmal an den Max. Wie gesagt, der hat ja bald Geburtstag. Dann habe ich noch einen wunderschönen Armreif. Und zwar nennt sich der Arezzo. Da gibt es auch ein Set davon. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, dass ihr das einmal auf der Seite tragen könntet oder eben auf der Seite. Hier sind ganz, ganz viele wunderschöne, edle Steinchen. Und das sieht so, so hochwertig aus. Und es ist auch hochwertig, auch hier mit diesem Verschluss. Also auch die Verarbeitung wirklich genial. Und wie gesagt, einmal hier von der Seite. Oder wenn ihr ein wenig mehr glitzern wollt am Arm, dann habt ihr die Möglichkeit, den eben so gerade umzudrehen. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und als er ankam, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was ist das bitte? Wie schön sieht der aus? Also, den werdet ihr definitiv auch noch öfters an mir sehen. Jetzt kommen wir zu einem Set. Das habe ich gesehen auf der Internetseite. Und ich habe sofort gewusst, Heidi, das ist dein Style. Das bist du. Das ist so schön und edel. Und zwar spreche ich gerade vom Set Cushino. Es gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in Silber und einmal in Rosegold. Und ich finde, gerade zu den schwarzen Haaren passt das Rosegold eben super gut. Und da kommen wir jetzt eben sofort auch zu dem kleinen Missverständnis, das es gab. Ich wollte das eben in Rosegold und dann kam es in Silber bei mir an. Dann habe ich mich natürlich sofort mit Leonardo in Verbindung gesetzt. Und die meinten, Heidi, das ist kein Problem. Wir schicken es dir zu in Rosegold. Und das Silberne darfst du noch behalten. Und dann habe ich aber den Gegenvorschlag gemacht, dass ich das gerne dann mitbringen kann, wenn wir uns bei der Ambiente sehen. Das komplette Team sehe ich dann auf der Ambiente. Das ist eine Messe in Frankfurt, da freue ich mich schon riesig drauf. Und dann meinten sie, nee, entweder du behältst es für dich oder du darfst es verlosen. Und ja, dann lag es natürlich auf der Hand. Was macht die Heidi? Sie verlost es sehr, sehr gerne, dieses Set. Und es ist so edel. Oh mein Gott. Schaut es euch bitte an. Dieses Armkettchen hier. Hier noch der passende Ring dazu. Und die Kette. Und es ist wirklich so, so edel. Dann auch noch die Ohrringe. Also es ist wirklich ein Hingucker. Falls ihr dieses Set also gewinnen möchtet, dann schaut es sehr, sehr gerne mal unten in die Infobox. Ich werde euch alle Teilnahmebedingungen dazu unten reinschreiben. Ich hoffe, ihr freut euch über diese wahnsinnige Überraschung. Ich finde es wirklich sehr genial. Herzlichen Dank nochmal an das Leonardo-Team. Ich freue mich wirklich sehr. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ja, ansonsten, wenn ihr was Wunderschönes kaufen möchtet bei Leonardo, habe ich noch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich Rossella10. Da habt ihr die Möglichkeit, eben 10% zu sparen, was eine ganze Menge ist. Schaut auf jeden Fall dazu auch nochmal unten in der Infobox. Ich verlinke euch auch nochmal die Leonardo-Seite. Die haben natürlich unglaublich viel wunderschönen Schmuck aus der neuen Kollektion. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, den ich euch eben jetzt ganz kurz zeigen wollte. Und jetzt gehen wir mal rüber an den Spiegel, würde ich sagen. Ich zeige euch nämlich jetzt mal meine Kleider. Und dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches ihr denn okay findet oder gar nicht gut oder wie eben so euer Geschmack ist. Also, lasst uns mal rüber gehen. Auf geht's. Das ist jetzt also das erste Kleidchen von ASOS. Ihr wisst ja, dass wenn mein Mann ja irgendwie was sagt, wenn es ihm nicht gefällt, was ich mir Neues gekauft habe, nichts ausmacht. Wenn ich dahinter stehe, dann trage ich es trotzdem. Also, es ist natürlich Geschmackssache, ganz klar. Und hier haben wir das nächste Schätzchen. Das hat mir jetzt zum Beispiel total gut gefallen. Da war er nicht so ganz sicher. Er hat gemeint, naja, geht so. Also, das kommt jetzt für mich so in die engere Auswahl. Und dazu würde ich dann diese Schuhe hier tragen wollen. Genau, die habe ich mir eben auch bei ASOS bestellt. Ja, die sehen so aus. Und ich finde, die passen auch sehr gut, weil die eben schlicht sind. Aber ich weiß noch nicht, ob es dieses Kleid werden wird. Und als nächstes haben wir dann dieses Kleidchen hier. Das sah irgendwie ganz anders aus, als ich das im Internet gesehen habe. Das gefällt mir jetzt leider so auch überhaupt nicht gut. Ich finde halt das hier hinten richtig schön, das Detail, dass das so rückenfrei ist. Aber ansonsten, finde ich, ist das einfach, ja, too much. Und da gefällt mir das, was ich euch davor gezeigt habe, definitiv besser. Also, es ist nicht schlecht. Aber, ne. Nö, nö, nö. Jetzt habe ich noch dieses Kleid hier. Ich hoffe, das kommt rüber, wie edel das aussieht. Und ihr denkt euch bestimmt, Mensch, Heidi, wieso trägst du nicht zur Berlinale auf dem roten Teppich nicht wieder ein schönes, langes, schwarzes Kleid? Oder wie im letzten Jahr, da hatte ich ja so einen Fliederton, also es war auch sehr lang. Der Rücken war ausgeschnitten, es war ein sehr, sehr edles Kleid. Und das Jahr davor hatte ich ja ein ganz langes, schwarzes Kleid. Aber gerade deshalb wollte ich eben in diesem Jahr etwas Kürzeres. Und das Thema ist Berlin meets Paris. Und irgendwie habe ich mir gedacht, also gerade für Berlin wäre halt passend so Franzen und was Freches, aber trotzdem was Schickes. Und deshalb habe ich dieses Kleid noch bestellt. Und das gefällt mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut. So, ich räume jetzt mal das ganze Zeug hier weg. Der Lessi schaut gerade Fußball. Der Max ist auch da. Da ist er. Der Max muss sich jetzt um einen neuen Kühltrank kümmern und ein bisschen googeln. Ja, Masse hat er schon genommen. Wir brauchen nämlich wahrscheinlich doch einen neuen, ne? Aber der Max ist handwerklich begabt. Der kümmert sich jetzt. Total nervig mit dem Kühltrank. Ja, jetzt müssen wir halt einfach mal schauen, wie wir das machen. Und zwar sind wir da an eine richtig heftige Abzockerfirma geraten, die uns Geld abgenommen hat. Ja. Aber, weißt du noch, wie der mich geärgert hat, als du unten aufgebaut hast? Ja. Und der, ey Leute, ich habe mich so aufgeregt über diesen Handwerker. Geht gar nicht, geht gar nicht. Was der gemacht hat, naja, auf jeden Fall kommen sie jetzt nicht bei und bringen uns nicht ins Ersatzteil, sodass wir halt jetzt wirklich keinen Kühltrank haben. Das ist unglaublich. Und ich glaube, wir sind jetzt schneller, wenn man einen neuen kauft. Wie sich das anhört, voll blöd. Aber der andere Kundendienst, der will irgendwie 180 Euro nur, um zu kommen und dann die Stunde 90 Euro. Ja, und wenn ich euch sage, was dieser Kühlschrank gekostet hat, Leute, das glaubt mir kein Mensch. Ein Vermögen. Ich glaube, andere Leute kaufen sich ein Auto für das Geld. Richtig heftig. Aber da haben wir, wie gesagt, voll die Abzockerfirma erwischt. Richtig ärgerlich. Vielleicht melde ich mich bei der Verbraucherzentrale. Ja. Ja. Fang schon mal an, eine E-Mail zu schreiben, Max. Also, die Jungs wollen, wartet, ihr seht mich jetzt nicht. Das Licht ist so schrecklich. Hey, Lukito. Hallo. Wir gehen jetzt eine Runde Schlittschuh laufen. Das Wetter ist ja voll das Beste. Nicht? Aber ja, was willst du machen, ne? Die Kinder wollen jetzt ein bisschen Schlittschuh laufen. Und da gucken wir jetzt mal. Ich räume jetzt aber erstmal das ganze Chaos hier weg. Und nehme euch weiterhin eine Runde mit. Okay, weiter geht's hier. Jetzt habe ich mich extra umgezogen, ne? Weil in der Eissporthalle ist es ja kalt. Aber wir haben jetzt eine Planänderung. Wir laufen morgen Schlittschuh. Und dazu nehme ich euch dann wieder mit. Aber an dieser Stelle beende ich jetzt mal diesen Vlog. Weil ich glaube, dass er schon recht lang geworden ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Und jetzt gehe ich nochmal die Treppe nach oben. Denn ich habe mal wieder etwas vergessen. Wer mir auf Snapchat folgt, beziehungsweise Instagram, weiß, dass ich am Tag ganz oft die Treppe hoch und die Treppe runter laufe. Weil ich ständig was vergesse. Einfach mal Hirn einschalten, Heidi. Also bis zum nächsten Video. Ciao.